Wir, die Piratenpartei, wir stehen für euch am 26. September zur Wahl und wir haben unsere Schwerpunktthemen, zum Beispiel die IT-Sicherheit. Nicht erst der Heck der TU Berlin jetzt hat gezeigt, wie sträflich die IT-Sicherheit von unserer Politik vernachlässigt wurde. Wir wollen Breitband, schnelles Internet für alle. Es kann nicht sein, dass wir da immer noch auf dem Stand von... Ich wähne es aus der Zukunft. Dank des Zeitreiseantrags der Piratenpartei kann ich zurücksprechen. Ich bin jetzt vielleicht der letzten erhaltenen Atombunker der Erde. Der Laschet, der hat alles runtergerockt. Wählt den nicht, auf gar keinen Fall. Klimawandel, alles eine einzige Katastrophe. Die Welt brennt. Wir stehen für Transparenz, angefangen von einem Lobbyregister bis hin zu einer zeitgemäßen Corona-Politik. Die Technologie steht bereit, um digital mitzubestimmen. Wir müssen es bloß wollen. Die Ressourcen, die wir haben, reichen. Wir verwenden sie nur äußerst suboptimal. Schaut nur, wie schön die Zukunft jetzt werden wird. Und danke für eure Stimme.